Dieser Film macht etwas, dass man so denkt, habe ich nicht aufgepasst im Geschichtsunterricht, es ist gut recherchiert und man wird aufgeklärt, man ist nach dem Film schlauer. Das ist doch eigentlich Aufgabe von Dokumentarfilmen. Wichtige Sektion hier auf der Berlinale. Und wir möchten Ihnen heute Morgen einen Dokumentarfilm vorstellen, den ein in der Schweiz lebender Iraker gedreht hat, Samir ist sein Name. Und der hat sich damit auseinandergesetzt, dass seine Familie durch den Krieg völlig verstreut wurde auf dieser Erde und hat Ausschau gehalten nach seiner Familie. Wir geben Ihnen einen kurzen Eindruck von diesem Film und sprechen gleich mit dem Schauspielkollegen Antoine Monod drüber. Vor über 50 Jahren konnte sich niemand in unserer Familie vorstellen, dass wir eines Tages über die ganze Welt verstreut sein würden. Als ich geboren wurde, war die Welt noch in Ordnung. Kurz darauf brach die Revolution aus. Es war eine aufregende Zeit. Das Land blühte auf. Das lag am Geld, das langsam aus dem Ölgeschäft ins Land floss. Doch der Aufbruch endete in einer Diktatur und vielen Kriegen. Über vier Millionen Irakis leben heute über die ganze Welt verstreut. Über vier Millionen Geschichten. Und die meiner Familie ist nur eine davon. Guten Morgen, Antoine Monod nochmal. Hallo, guten Morgen, Anke. Du warst für uns im Kino. Genau. Was kannst du zu dem Film sagen? Ich habe mir angeschaut, Irak-Odyssee von Samir. Samir ist ein ganz toller, großer Schweizer Regisseur. Und der hat einen Film gemacht, Irak-Odyssee, der sehr interessant ist. Samir ist selber, ist Schweizer, ist in der Schweiz dann auch aufgewachsen, ist da im Kindesalter hingekommen. Und er geht zurück zu seinen Wurzeln und schaut sich an, woher er kommt. Und der Film Irak-Odyssee ist einerseits die Odyssee seines Lebens, weil er im Kindesalter noch im Irak war. Und dann hat sich die ganze Familie über die Welt hinaus verteilt, von Amerika über England, Deutschland, Schweiz. Und Irak-Odyssee ist einerseits seine Odyssee und andererseits, und das ist das Tolle an dem Film, er schafft es von privat zu ganz groß werden. Es ist nicht nur seine Odyssee, sondern es ist auch die Odyssee des Landes. Und wir erfahren etwas über die 100-jährige Geschichte des Landes Irak. Und das ist ganz beeindruckend. Jetzt muss ich kurz was zu dir sagen. Ich verfolge dich natürlich spätestens seit absolute Giganten. Und man kennt dich aus Fall für zwei und so weiter. Da sieht man dich als Schauspieler. Und nun sind wir befreundet. Aber dann möchte ich trotzdem mal wissen, privat von dir, was kannst du mit so einem Film anfangen? Warum möchtest du da mehr darüber wissen? Ist Dokumentation der neue Geschichtsunterricht? Also das ist, also es gibt eine, ich kann dir darauf vielleicht mit einer Geschichte antworten, ja. Aus dem Film. Er besucht einen Onkel, ich glaube in England, und der erzählt, wie er Fernsehen geschaut hat früher. Und die waren damals noch im Irak und schauen Fernsehen und sehen Bilder vom zerbombten Berlin. Und man sieht das Brandenburger Tor. Und die schauen und sind fassungslos. Ich glaube, die Briten waren auch viel im Irak. Also die hatten auch eine Verbindung zu Europa, eine große, inhaltliche. Und sehen plötzlich Bilder dieses zerbombten Deutschlands, ja. Und da ist für mich so aufgegangen, dass ich mir dachte, ja, das kennen wir doch. Also wir haben zweimal zugeschaut, wie das im Irak war. Und für mich, ich habe nie daran gedacht, dass die zugeschaut haben, wie das bei uns passiert ist, ja. Und da ist plötzlich für mich auch so eine Welt aufgegangen und so ein Knopf aufgegangen, dass ich dachte, ja, es ist Wahnsinn, wie nah wir uns eigentlich alle sind, ohne dass wir es denken und dass ein Film sowas schafft. Deswegen lohnt es sich, den anzuschauen. Danke. Und ich füge noch hinzu, man kriegt ein neues Bild von Bagdad und denkt, was ist denn das für eine lässige Stadt? Die hat eine Lässigkeit. Habe ich noch nie so gesehen. In den Nachrichten habe ich das nie so empfangen. Dankeschön, Antoine, dass du da warst heute Morgen. Und wir sehen uns morgen Abend wieder mit den Dänzen. Ich freue mich, ja. So, ja, liebe Menschen, ich freue mich so, dass Sie zugeschaut haben die ganze Woche lang und sich ein bisschen haben mitreißen lassen, weil wir so im Fieber sind, der Berlinale. Das macht so Spaß, ins Kino zu gehen, immer wieder in eine neue Welt zu gehen und die Welt mit neuen Augen anzugucken. Und ich hoffe, wir konnten Sie ein bisschen heiß machen auf den einen oder anderen Film. Gehen Sie ins Kino, es lohnt sich. Man ist ein anderer Mensch nach jedem Film. Und selbst wenn man sagt, der war nichts für mich. Also viele, viele Grüße nach Köln und in die Welt und hoffentlich bis zum nächsten Jahr.